guck guck da bin ich wieder doom folge 5 wir müssen noch zwei von diesen blutnestern eliminieren damit hier weniger dämonen spaßen rumwirkt. oh jetzt haben wir die blaue karte was sich nicht unbedingt das einfache erweisen wird zumindest nicht wenn man den skill level besitzt den ich hab. so ab durch die blaue tür. oh das hat gebumst ach heilstation sehr schön hier haben wir schon das nächste heisstens kommen hier die ganz großen mit und da steh ich mich halt noch mal dumm an ich kann halt nur einschätzen wie viel schaden die einstecken können ich drücke immer in die feld oh ja genau und so so da hätten wir den dritten es wird es auf 25 und 75 prozent ja hat alles super funktioniert mit dieser mars mission der ufc letztes mal ich muss hier noch hier liegt bestimmt hier liegt bestimmt noch hier nach oben dann muss ich die andere korte machen okay okay ne dass ich hier weiter renne und dann habe ich die korte vergessen ich werde noch unten gucken ja das ist sehr gut ja das ist eine sehr gute Zeit ich werde hier weiter gehen jetzt bin ich total ineinander von hier komme ich super hier muss ich hoch hier muss ich hoch so ja die jessica die schnitte jessica so hüpfen das geht ja oh erstaunlich gut muss ich sagen der hat die korte von den habe ich die fonds gekriegt ne och jungs und mehle sich im kreis guck mal ob wir irgendwas finden ich bin hier kann ich das irgendwie auch drehen für drei tot von oben glaube ich kriege es bei besessenen der soldaten aus hab ich doch eigentlich schon gemacht ich folge jetzt einfach mal der markierung da oben vielleicht hätte ich das mal anfang bestimmt machen da komme ich bestimmt zum haupthaus naja oh schön ja die ist fast klar schade so mal gewöhnt sich aber an die vögel ich bin ja total falsch ich geh jetzt einfach mal so straight drüber oh oh hier muss es sein ich bin irgendwo falsch abgebogen und schon hat man die scheiße aah aah upsie machen wir die jetzt noch die besessenen hey die sterben ja alle schon vorher ich weiß auch ne ob die alles besessenen bautstein fressen immerhin wieso habe ich es denn ganz zu falsch gemacht ups aah 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 das war wohl noch nicht ganz von oben das war wohl noch nicht ganz von oben aah aah da liegt doch was rum wäre ich mir das nicht einsam ich weiß nicht was das ist das ist aus wie ein ziel für einen flammenwerfer oder sowas aber ich habe ja noch gar keinen flammenwerfer aah minimiert das klingt wirklich auch nicht so aah schön enge gänge da ist ja ich bin natürlich zurück na komm mal gucken da bleib gucken da bleib gucken naja das kann ich nicht so weit abspringen hat das gegolten ne ich glaube nicht ach verpiss dich doch einfach aah toll ich renne ja immer zurück ach so ich bin im kreis gut ich bin im kreis gelogen warte und so ich muss hier rein wöchter hier hoch springen wieچ dann im kreis ich muss hier einfach Ah, das sieht schon besser aus Ah, Codex Eintrag Ich weiß ja nicht wie es euch geht, aber ich lese mir das echt selten durch Das war es schon hier, oder? Ne Gehen wir mal hier lang So Ich hör doch irgendwas Ich hör doch schon mal, das hör ich doch Ah, ich kann mir vorstellen, dass ich hier muss Das ist neu Okay Okay, okay, okay Speicherpunkt erreicht, aber jetzt wird er gleich gemetzelt, denke ich mal So, ist aufgelesen Dann los Kühlturbine aktiviert Meine Maus ist so Der war doch von oben Kalken kann nicht was aus, die Viecher Klingt ne so Das war selber, aber naja Oh, das muss ich ja erzählen Ach du Eimer Und in die Fresse Das war noch nie gut Oh Gott, mein Eimer ist aber eigentlich voll für die Tonne Ins Maul Oh Hier hoch, dass er bis jetzt Oh Oh, dieser Assi Dieser Assi Nochmal komplett von vorne, oder? Ich war schon Dämonenpräsenz auf Minimal reduziert Abriegelung aufgehoben Versielen aufgehoben Und jetzt off Oh, wenn jetzt jetzt nach vorne Das hat wohl Ja, und wieder Das Beispiel Zieht mir ab, wenn man trifft Ach du stehst Deine Mutter stinkt Deine ganze Sippe stinkt Und wieder eine getroffen Oh, ich hasse sowas Man darf sich nur ein Kesseln lassen In dem Licht Jetzt kommt er doch nochmal Und ich fall schon wieder runter Wo bist du, Sack Wo bist du, Sack? Da ist er Oh, schön Nee, Munition Ich wünsche mir, ich wäre mal noch ein bisschen schneller Wie man da jetzt Oh, schön Sind da zwei Bitch-ass-sucker Die Kerntemperatur ist jetzt stabil Man ist dann schon ein bisschen aufgeregt Schön Muss aber nicht Und nochmal So, gehen wir weiter Liegt denn da was rum? Nee Autorisierung Olivia Pierce Alpha 4 0 2 Alpha 4 0 2 3 Sie hat mich ausgesperrt Dr. Hayden Sie hat mich ausgesperrt, Dr. Hayden Das ist die so halb in der Hölle, die alte, war Ich kann mich nicht mehr bewegen, also müssen wir uns das angucken Schön So eine nette Frau Was habe ich abgeschlossen? Hier geht eine Sprachnachricht Das System lässt sich jetzt nur noch von Olivia überbrücken Wir müssen den Argin Tower an der Oberfläche manuell abschalten Na fast Würde ich sagen Nutzt man diese Pause für eine Pause Sozusagen Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet Wenn es wieder heißt Dämonen schlachten Bis dahin Auf Wiedersehen Bis dahin Bis dahin